Like a Hellcat Yo Leute, ich find's wieder, euer B&Max Heute mit der Koboldfast Challenge Ihr seht, ich hab hier noch Ich hol jetzt erstmal den Fischer ab Oh, geil Direkt So, und dann öffnen wir hier noch die Giant Chest Leider keine legendäre Fledermäuse Ah, ich hätte super gerne die Mega Minions gehabt Naja, let's go Ich bin richtig gehypt auf die Koboldfast 2 Challenge Ich find eigentlich Holz besser, aber jetzt ist geil Wie ihr seht hier unten, MVP, gerne abchecken Geiler Clan Oh Ich nehm mal den Entfernung Ja, ich hoffe natürlich, meine Clash Royale Videos gefallen euch Wenn nein, schreibt's mir bitte in die Kommentare, dann mach ich nicht mehr so viele Aber ich find einfach Clash Royale Videos so entspannt Okay, mal sehen, was wird's Lol Das wollte ich gar nicht Lol, was war das denn? Oh, ja Golem Das war wahrscheinlich eine Auswahl Golem oder Loverhound Maschinen Maschinen nochmal den Eigentlich, das haben wir für ein teures Deck Der Jäger, der war gar nicht mal so verkehrt Zack Holz Gott, ist das Viecher Fire Spirits Verdammt Egal, alle drei Feuergeister rein Ich glaub, er ist nicht der Beste Aber ich glaub, er hat das bessere Deck Er hat Hunten Warum hab ich ihm den Hunter gegeben? Ich kann nichts gegen seinen Hunter machen Nein, gegen seinen Kobold war's Also Jetzt mal Realtalk Was haben wir für ein teures Deck? Ich find der Label Das ist so scheiße Wir haben halt Als einzigen Backup haben wir einen Fernundrache Ich meine Soll ich Was soll ich machen? Gegen Golem Wenn er Hunter hat Soll ich Was war denn das für ein Golem? Komplett Lust So, jetzt können wir natürlich Ich hab ne lustige Idee Wir machen einfach zwei Tanks Zwei Tanks Hunter Los Tötet den Henker Jawohl Kanone richtig schlecht Easy 1-1 Was war das denn von Kobold? Hä? Wenn ich gegen den verliere Füß Alter, ist der schlecht Holy fuck Oh Leute, wir sind gleich In der Runde So Leute, wir sind direkt in der nächsten Runde Und ihr könnt mir bitte gerne mal Ne Challenge schreiben Also zum Beispiel Nur günstigere Karten Also wisst ihr was ich meine? Oh, das ist jetzt Ich will aber nun Ganz einfach Ganz easy Läufer Oh, Flugmaschine Auch noch Lol Snowball Komplett Pils Okay Okay, wir haben noch ne Bandite Ich weiß nicht, ob der Kite das schlauste war Scheiße Ich hab nichts Nichts hab ich Fuck Was soll ich denn machen? So Ich hab wirklich kaum was Was richtig Hard damage Er ist einfach Komplett Hard Counter Gegen Ich hab nichts Kein Konter Gegen Königsrekruten Was soll ich da machen? Soll ich gegen Königsrekruten? Soll ich da Soll ich da Schneeball werfen? Soll ich Ich hab einfach Keine Chance What? Oh, bin ich dumm Snowball Macht ja gleich den Charge Ja, okay Ich warte jetzt kurz Bis zum Doppelelixier Okay Ich würde Wir haben halt nichts Wir haben kein Feuerball Wir haben gar nichts Er hat noch Ja komm mal hier Er hat noch ein Magier Ein Magier Egal Jetzt geht's los Wow, Max Wow, Max Keine Chance Keine Chance Ich krieg zwar Einen Turm noch Aber guckt euch Meinen Turm an Ich muss doch nur ein Kobold versetzen Und hat schon gewonnen Ja, ich weiß es Was ist das? Ich hab nicht Das Ich hab mal erst Eine Flugmaschine Hallo Flugmaschine Konzentrier dich mal Eine Flugmaschine Was hat die beste Komm Ballon Okay Ne Was soll ich tun Was soll ich tun Leute Was soll Was ich tun soll Leute In dem nächsten Draft Die Runde Das war gerade richtig Kacke Ich konnte Ne Ich hatte keinen Groß Oh Das ist jetzt Natürlich geil Und ich war Nächstens Ein kleiner Ansatz Gegen die Königsrecken Oh Was Haben wir irgendwie Ein Arena 2 Deck Oder was Okay Was Als wenn Okay Kobolder Komm durch Oh Wir haben Okay Wir haben Bombe Ich könnte mal Komm Kommt mal Alle zusammen Baba Anfass Ich glaube So hat er das Nicht durchdacht Komm Wir machen mal Sowas Der Magic Archer Tut weh Okay Hören wir jetzt Auf zu Rage Ja oh mein Gott Der Bomber Er ist es halt Guck mal Der Magic Archer Fiel zu Okay Komm Eisgolam Nein Geh doch mal Vorne Keine Mauer Wenn die ganze Zeit Sein Scheiß Rage Kack zu Komm Komm Dreh dich doch Einmal Hm Okay Hat er gut gemacht Guck mal Bei Küre jetzt Zack Bomber Komm schon Jawohl Komm Jawohl Das ist der erste Turm Alter Er macht Ein Lightning Hab ich überhaupt Einen Zauber Ich hab Keinen Zauber Das heißt Ich muss rein Komm Schweine Rette Was macht Er Jetzt Verdient Zu Verlieren Oh Er sitzt Die Königs Krooten Zack Aber Jetzt Guckt Ich Krooso Kroo 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.